Ja, die Frage ist bei der Ernährungsreform, Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, wie Sie die nextscientistsforfuture.de vorschlagen. Sollte man da eventuell Verdienstzuschüsse so hoch gestalten, Steuervorteile oder Verdienstzuschüsse? Ja, also die Stichworte hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen, weil man sollte immer alle Sendungen in der Wunschgeschwindigkeit schauen. Ja, wie ist das mit den Verdienstzuschüssen und Steuervorteilen? Also Steuervorteile allgemeiner Verdienstzuschüsse, positive Subventionen könnte man auch sagen, als Lenkelemente. Die Sache ist klar, der Marktleiter bekommt mehr Verdienstzuschüsse, Steuervorteile, wenn die Kunden sich gesünder entwickeln als vorher. Also alle Leute, die bei ihm einkaufen, tendenziell bei der statistischen Auswertung über alle Kunden hinweg, verglichen mit Kunden, die woanders einkaufen und nicht bei seinem Markt einkaufen. Ja, ob er da, wenn er da größere Gesundheits, bessere Gesundheitsentwicklungen in den Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten sozusagen erzeugt, und dann kriegt er dafür entsprechend höhere Verdienstzuschüsse, Steuervorteile und so weiter. Und sollten die so hoch dosiert sein, dass sie auch an Hersteller, Zulieferer weitergeleitet werden? Ja, denn die Hersteller, Zulieferer stehen ja dann immer noch in dem Konflikt, will ich möglichst viel verkaufen, weil ich ja Geld nur über die Quantität der Verkäufe bekomme. Wir hatten früher ein altes Konzept, das hieß Wellnessverbünde. Das heißt, da wäre dann also zum Beispiel Rewe, Aldi, Alnatura kombiniert mit Krankenversicherung. Also zum Beispiel, wir hatten so Begriffe wie AOK Aldi Höchst Wellness oder AOK Aldi Bayer Wellness. Also da sieht man schon mal die Hauptteile dieser Wellnessverbünde. Die größten wären eben eine Krankenversicherung mit einem Ernährungs-Nahrungslieferanten, mit einem pharmazeutischen Konzern. Und die Idee war, dass man eben, dass alle davon leben, dass Gesundheitskosten bei der AOK eingespart werden. Ja, je gesünder die Nahrung ist, die Aldi liefert, desto mehr Geld bleibt in der AOK und wird dann auch auf Aldi ausgeschüttet. Ja, genauso für den Pharmakonzern Bayer. Je gesünder sich die AOK-Kunden entwickeln, der hat also kein Interesse mehr daran, möglichst viele Medikamente zu verkaufen, Bayer, sondern, dass die Hilfe, die Bayer liefert, die Leute möglichst gesund hält, Krankheit verhindert. Und wenn die Leute krank werden, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, ohne dass über Nebenwirkungen wieder neue Krankheiten entstehen. Also genau genommen sind die Anreize dann genau umgekehrt zu den jetzigen Anreizen. Dieses Konzept, das alte Konzept der Wellnessverbünde, hat ja quasi nur den kleinen Nachteil, dass sich dann ein Kunde entscheiden muss, wenn er also zum Beispiel bei Aldi, nee, bei AOK, Aldi, Bayer Wellness sozusagen einkauft, zum Beispiel dann auch Nahrung und Krankenversicherung einkauft bei diesem Verbund, dann ist er so ein bisschen gebunden daran, auch wirklich, sagen wir mal so überwiegend, dann bei Aldi einzukaufen und ja, dadurch gibt es so eine gewisse Tendenz hin, dass man vielleicht nicht mehr absolut frei ist, in allem jederzeit überall einzukaufen, in Restaurants essen zu gehen, bei Kiosken zu kaufen und so weiter. Weil das sonst sozusagen, wenn, ja, also auf jeden Fall, wir haben jetzt, im Moment reden wir nicht mehr über das alte Konzept der Wellnessverbünde, sondern sagen, wir lassen alles völlig frei, ja, wir lassen, jeder kauft dort ein, wo er lustig ist und wir gucken einfach nur, welcher Marktleiter eine positive Wirkung hat. Und die Praxen zum Beispiel, wir gucken einfach nur, welche gesundheitsfördernde Wirkung und krankheitsverhindernde Wirkung Praxen haben. Und danach richten sich die Kunden dann, dass sie sagen, aha, wo die Menschen sich Richtung Gesundheit schneller entwickeln als bei anderen Praxen, dahin wechsle ich, solange ich da noch aufgenommen werde, ja. Und die Praxen, die natürlich gefragt sind, die werden immer mehr Personal beschäftigen und werden ein immer faszinierenderes, spaßmachenderes Freizeit- und Wochenendkursangebot kostenlos anbieten, indem man letztendlich einen völlig gesunden Lebensstil lernt, sozusagen, wenn man das möchte, wenn man Spaß dran hat. Also, tanzen, singen, musizieren, alles kostenlos und, 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 ja. Also, alles, was Gesundheit fördert, Ernährung und was weiß ich, alles kostenlos. Und solche Praxen werden natürlich immer mehr Mitarbeiterbeschäftigung, werden dann immer mehr Leute auch aufnehmen können. Wobei natürlich sicherlich irgendwie die Grenze erreicht ist, sozusagen, sagen, kein Kunde wird nur wegen einer besseren Praxis viele Kilometer Wege auf sich nehmen, ja, sondern man wird in, die, von den Praxen in der Nähe, die mit den besten Gesundheitsergebnissen sich auswählen. Und das sieht man bei der Umkreissuche. Da kann man also mit der Umkreissuche, da sieht man sofort, was ist nah, welche Gesundheitswerte hat das, Gesundheitsförderungswerte hat diese Praxis und wo ist, wie weit entfernt ist die mit den besten Gesundheitsförderungswerten und was habe ich in der Nähe und wo ist der beste Kompromiss. Und da bildet sich ein gesunder, sanfter Wettbewerb, dass natürlich nach und nach alle Kunden hinströmen werden, weg von den Praxen mit schlechten Gesundheitsförderungsergebnissen hin zu den guten Gesundheitsförderungsergebnissen, ja. Und dann werden die, die von den Praxen, ja, dann ist die Frage, in dem Konzept sind ja zunächst einmal noch die Pharmakonzerne interessiert am Verkauf einzelner Produkte. Und deswegen sollten wir das alte Konzept und die neuen eben mischen, indem wir dann sagen, okay, von den Praxen und von den Marktleitern fließen, die Verdienstzuschüsse werden so hoch angesetzt, dass die Gelder auch an die Hersteller und Zulieferer beziehungsweise Pharmakonzerne fließen können. Also, ja, Beispiel, der Marktleiter im Markt kaufen die Leute öfters Nutella und der Hersteller oder die Zuliefererkennung ist, was weiß ich, der oberste Verantwortliche ist vielleicht die Firma Ferrero, weiß ich nicht genau, aber das ist immer der oberste Verantwortliche, also zum Beispiel Nestle oder Danone oder so. Immer, wer ist der oberste Verantwortliche für dieses Produkt, ja. Und dann läuft die Logik so, dass der Marktleiter quasi sagt, liebe Ferrero, ihr liefert mir Nutella und die Leute kaufen immer noch Nutella, obwohl ich sie eher mit meiner Ernährungsberaterin eher zu Gemüse- und Obstrate, ja. Aber je gesünder sich meine Kunden entwickeln, desto mehr Verdienstzuschüsse leite ich von meinen Verdienstzuschüssen an euch weiter, von den Steuervorteilen beziehungsweise Verdienstzuschüssen an euch weiter. Und dann wird natürlich Ferrero versuchen, Nutella weniger gesundheitlich bedenklich zu gestalten, wird Wege suchen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, bei ausreichend gutem Geschmack doch den Gesundheitsaspekt Stück für Stück, Millimeter für Millimeter zu verbessern, denn nur dann gibt es entsprechende Verdienstzuschüsse. Denn wir haben natürlich auch noch die andere Möglichkeit, wir hatten ja das Konzept, dass auf der Krankenversicherungseinkaufskarte eben nicht nur steht oder nicht nur dem Bundeswahlleiter übermittelt wird, die Zahl XY, also meine Kennzahl, bei der niemand rausfinden kann, wer ich bin, aber meine Zahl, ich existiere also nur als Zahl, nicht als Person in dem System, meine Zahl hat eingekauft Nutella bei Rewe oder Aldi zum Beispiel, ja, oder wo auch immer, bei Rewe oder Edeka zum Beispiel, ja. Und zwar Marktleiter, entscheidend ist immer der Name des Marktleiters, nicht in erster Linie Edeka oder Rewe, sondern der Name des Marktleiters, bei welchem Marktleiter, also dem obersten Verantwortlichen oder Restaurantleiter oder Kioskleiter, habe ich Nutella von Herstellerzuliefererkennung Ferrero Nutella gekauft. Und dann wird natürlich geguckt, wie sich alle Kunden in Deutschland, die häufiger Nutella von Ferrero kaufen, wie sich die gesundheitlich entwickeln. Und wenn der Gesundheitswert schlecht ist, das Ergebnis schlecht ist, dann sozusagen gibt es keine Verdienstzuschüsse. Und wenn die Gesundheitswerte, ja, besser werden, dann gibt es eben Verdienstzuschüsse. Und so kann man, könnte man sich dann das fließen lassen, der Verdienstzuschüsse vom Marktleiter an die Herstellerzulieferer, sozusagen, kann man eigentlich dann vergessen, weil wir ja dann eine eigene Auswertung für die Hersteller und Zulieferer machen. Und die gleiche Auswertung können wir doch auch für die Pharmakonzerne machen. Das heißt, auf der Krankenversicherungseinkaufskarte, mit der Zahl wird quasi übermittelt, welcher Praxisleiter für welche Kundennummer, also für welche Nummer. Denn all die Personen, die an den Kursen teilnehmen, sind für den Computer nur Nummern, ohne, dass jemand weiß, wer die Person ist, ja. Und Datenschutz, ja, ganz wichtig. Und dann wird quasi gekoppelt, die Praxis hat von Pharmakonzern Bayer das Medikament XY von, herrscht sozusagen, ja, Pharmakonzerne werden dann auch als Großapotheken auftreten, ja. Es kann ja auch sein, dass dann ein Pharmakonzern auch mal etwas, ja, oder das wäre dann auch wieder zu schwierig, lassen wir es doch einfach so, dass die Praxis XY hat für Kundennummer von Pharmakonzern Z das Produkt XY angewendet. Und dann wird ausgewertet, aha, guckt der Bundeswahlleiter, das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden mit den besten Statistikern der Welt über die rechte Schulter schauend und den besten Kriminalbeamten über die linke Schulter schauend, wird ohne Verstöße gegen irgendwelche datenschutzrechtlichen Sicherheitskriterien, wird das ausgewertet, welche Wirkung hat dieses Medikament, dieses Pharmakonzerns auf die gesundheitliche Entwicklung von Menschen, von den Kunden, von den Millionen Kunden, die das vielleicht in Deutschland nehmen. Und dann gibt es Verdienstzuschüsse nur, wenn das wirklich eine positive Gesundheitsentwicklung zur Folge hat und nicht über Nebenwirkungen eine neue Krankheitsfolge erzeugt. Und damit werden die Pharmakonzerne quasi, kriegen dann die höchsten Verdienstzuschüsse, wenn die Leute sich gesund entwickeln und verlieren das Interesse am Verkauf einzelner Produkte. Also wir müssen diese ganzen Verdienstzuschusssteuerungen, diese Steuervorteile, Verdienstzuschusssteuerungen müssen alle so hoch ausfallen, dass die Pharmakonzerne sagen, es ist für uns nicht mehr interessant, viele Produkte zu verkaufen, weil das Geld, was wir mit mehr Produkten verdienen können, weniger ist, als das Geld, was wir mit mehr Gesundheitsförderung erreichen können. Sodass also sozusagen die Pharmakonzerne nicht mehr an der Quantität interessiert sind, sondern nur noch daran, welche Gesundheitswirkung hat unser Handeln auf die Kunden in den Praxen. Und genauso geht es darum, dass die Hersteller und Zulieferer für die Marktleiter, die Kioskleiter und Restaurantleiter sich dann auch nur noch, dass die sagen, wir verdienen am meisten, wenn wir uns nicht mehr Gedanken machen um die Menge dessen, was wir verkaufen, weil unser entscheidendes Geld kommt über die Verdienstzuschüsse. Ja, das heißt, wir liefern zum Beispiel statt Nutella vielleicht ein super leckeres Obst, ich denke da immer an die Cempedak aus Vietnam, ja, und bauen die hier in Gewächshäusern an und liefern die an den Markt und dann kriegen wir hohe Verdienstzuschüsse und wir empfehlen unseren Kunden hier, ihr habt bis jetzt Nutella gegessen, Cempedak ist genauso süß und lecker, ist aber kerngesund und das liefern wir jetzt an die Märkte aus und so werden dann die Kunden von Nutella zu Cempedak gelenkt und dann kriegt Ferrero hohe Verdienstzuschüsse, weil die Leute, wenn sie Cempedak essen statt Nutella, sich wesentlich gesünder entwickeln als vorher. Und dann gibt es große Verdienstzuschüsse an Ferrero so und wir müssen das eben so machen, dass auch Ferrero kein Interesse daran hat, jetzt sehr viele Cempedak zu verkaufen, weil sonst ja quasi eine Bio-Überess-Sucht sozusagen immer noch Ziel der Konzerne bleibt, sondern es muss so sein, dass die Verdienstzuschüsse umso besser sind, je schlanker die Leute bleiben, also je wohler sie sich fühlen, je gesünder und langlebiger sie sind und dafür hat dann Ferrero quasi mit seinen Gewächshäusern von Cempedaks quasi kein Interesse daran, dass die Leute mehr Cempedak essen als gesundheitsförderlich ist und genau so wünschen wir uns doch die Nahrungsindustrie, dass die kein Interesse daran hat, uns zu Esssüchtigen zu machen, zu Bio-Essüchtigen und überhaupt kein Interesse hat, uns zu Nutella-Essüchtigen zu machen. Und das ist eben, so sieht es aus, wenn die circa 20 Professoren, Doktoren und so weiter des Weltrates und der Next Scientists for Future an einer Reform feilen und so lange gekonnt an einer Reform feilen, bis die Zulieferer, die Hersteller, die Marktleiter, die Kioskleiter, die Restaurantleiter und die Praxisleiter und die Pharmakonzerne und so weiter alle nur noch eines tun, unserer Gesundheit, Langlebigkeit und unserem Wohlfühlen bestmöglich zu dienen und sonst nichts. Das heißt, wir brauchen vielleicht dieses Modell der Weiterleitung von Verdienstzuschüssen an Hersteller oder Zulieferer vielleicht gar nicht, sondern das kann der Bundeswahlleiter direkt für jeden Hersteller und Zulieferer direkt errechnen, dessen Verdienstzuschüsse und entsprechend dann ausschütten. Ja, und wie gesagt, die Basisanfrage ist da. Wir werden auch bald noch mal ein paar Terminvorschläge schicken für die ersten Gesprächsrunden und so weiter. Und die Fortschrittspartei.at, die meldet sich bis jetzt ja immer zuverlässig auch selber wieder. Und da werden wir sicherlich auch bald die ersten Talkrunden für die Öffentlichkeit auch herstellen. Tschüssi, bis bald. Ja, und ich hoffe, dass vielleicht die Basis Österreich auch dann sich wieder meldet und wieder fleißig weitermacht. Tschüssi, bis bald. Tschüssi, bis bald. préc instrument. ulated